Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Hone Baby Challenge und unserer süßen Melodie. Und ich blende euch jetzt erstmal das Umstyling ein, weil wie ihr wisst, ist mein Custom Content alles weg und so. Deswegen, ja, musste ich jetzt alle meine Sims aus meinem Haushalt neu stylen. Und ja, bevor ihr die so seht, seht ihr sie jetzt im Zeitraffer. Da werde ich noch ein bisschen drüber quatschen, weil es geht länger, als ich es mir gewünscht hätte. Aber ja. So, und da sind wir auch schon im Zeitraffer. Und ja, ihr werdet schon sehen, dass ich mich direkt darum gekümmert habe, der Melodie direkt ein ganz neues Erscheinungsbild zu geben. Also, dass das quasi das Umstyling ist, was sie sonst bekommen hätte, wenn sie 80 Kinder erreicht hat. Weil wir haben das ja gemacht, dass sie nach 20 Kindern ein Umstyling bekommen hat, nach 40 Kindern, nach 60 Kindern. Und dann wäre jetzt 80 das nächste Ziel gewesen. Aber ich dachte so, jetzt sind wir schon bei 74. Das heißt, es fehlen nicht mehr viele Kinder bis zum nächsten Umstyling, sag ich mal. Deswegen dachte ich mir, ich style sie dann einfach schon so um. Und ja, es hat sehr lange gedauert, bis ich halt irgendwas gefunden habe, was wirklich zu ihr passte. Weil ich habe erst mal ein paar Frisuren durchgeguckt, die halt zu ihr passen konnten. Und man muss sagen, ihr steht einfach alles. Alles sieht gut an ihr aus. Es ist einfach eine wunderschöne Frau. Wirklich, es ist einer der schönsten Sims, die ich je hatte. Und ich bin sehr froh, dass wir schon so lange mit ihr spielen. Und ja, also, mir gefällt sehr, sehr viel von den Frisuren und so an ihr. Man muss einfach sagen, es ist einfach eine wunderschöne Frau. Ja. Und deswegen seht ihr jetzt, wie ich halt sehr lange an Frisuren rumklicke, bis ich halt irgendwas gefunden habe, wo ich mich dann erst auf entschieden habe für sie. Die Kinder und so werden dann einfach nicht so lange gebraucht haben, weil die ziehen ja eh irgendwann aus. Und da wollte ich dann halt einfach schauen, dass sie halt wenigstens einfach nur halbwegs vernünftig aussehen und nicht nackig rumlaufen. Und ja. Genau. Und ja. Wollte ich noch einmal sagen? Ich weiß gar nicht. Wir ziehen ja bald schon in das neue Haus ein. Das ist auch sehr, sehr cool. Wir können ja einfach ein bisschen über das Ganze hier reden, was hier so gerade abgeht. Und ja. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, dass wir hier jetzt noch ein Voice-Over drin haben, weil normalerweise spiele ich ja einfach die Musik ab. Aber wie gesagt, es ist einfach länger geworden als erwartet. Ich habe, glaube ich, fast eine Stunde umgestylt. Und das ist halt schon heftig, ne? Und ja. Das runterzubrechen ist ja dann trotzdem relativ lange. Also ich meine, dieser ganze Part geht, glaube ich, jetzt irgendwie über 10 Minuten. Ja, ihr seht jetzt über 10 Minuten lang, wie ich hier meine Sims umstyle. Also, naja Leute. Da müsst ihr jetzt leider durch. Außer ihr überspringt den Part einfach und sagt, nee. Weil, ich meine, nach dem Umstyling kommt ja auch noch, also geht es ja weiter mit dem Part. Also, also dem richtigen Part, wo wir dann halt mit den Sims spielen und so. Wenn euch das halt eher interessiert, dann müsst ihr halt ein bisschen vorskippen. Aber, ja. Ja, müsst ihr halt dann für euch entscheiden, wie ihr das dann machen wollt. Weil, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie es hier gerade läuft und so. Also, also ich finde es okay, wenn halt so ein großes Umstyling mal dabei ist. Dann habt ihr auch ein etwas längeres Video. Generell sind meine Videos irgendwie in letzter Zeit länger als sonst. Das ist irgendwie sehr ungewohnt, finde ich. Also, auch für mich selber. Weil, wenn ich die dann schneide und dann halt dann auch noch kontrollieren muss. Und so geht halt viel mehr Zeit drauf. Aber ich finde es eigentlich auch irgendwie schön. Weil, ich kriege halt auch öfter mal Nachrichten, wo dann jemand sagt, hey, ich fände es zwar schön, wenn die Parts mal länger als 10 Minuten gehen würden und so. Und grundsätzlich mag ich das ja auch gerne bei anderen. Nur, ich habe halt einfach meine Grenze, wie lange ich circa an einem Video aufnehme. Und das schneide ich dann einfach zusammen. Und, also ich habe halt quasi vorher nicht unbedingt eine Idee davon, wie lange der Part letztlich wird. Also, manchmal merke ich natürlich, ob ich mehr rede oder weniger. Aber manchmal kann ich es halt auch gar nicht einschätzen. Und dann, ja, ne. Also, weil zum Beispiel beim letzten Video, bei der Lucky Legacy Challenge, da ist der Part ja einfach mal 30 Minuten geworden. Und ich habe ja irgendwie nur 40 Minuten oder so aufgenommen, circa. Und das ist halt schon immer, also das ist schon krass, dass ich so viel Gerät habe und so, dass ich da halt kaum was rausschneiden konnte, ne. Also, keine Ahnung. Aber manchmal ist das halt einfach so. Also, wie gesagt, also ich plane halt nicht, wie lange die Parts gehen. Und ich schaue halt einfach immer, also ich nehme halt eine bestimmte Zeit auf und schneide es dann halt so runter, wie ich es mir halt selber anschauen würde. Also, ich schneide Sachen raus, die ich selber in dem Video nicht so gern sehen würde. Also, zu lange Sprechpausen und so war es halt, ne. Also, weil ich rede ja absichtlich halt in einigen Minuten nicht. Wenn jetzt zum Beispiel in der Baby Challenge einfach eine Zeit lang nichts passiert, dann spreche ich auch nicht. Also, wenn die da die ganze Zeit nur essen oder so, dann schneide ich das halt raus, weil das würde mich jetzt nicht großartig interessieren. Also, in diesem Projekt ist das natürlich nochmal was anderes, weil hier ist es natürlich generell sehr repipetiv. Spricht man das so aus? Ich weiß auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Dass es halt immer dasselbe ist. Und es gibt ja halt auch Projekte, wo es anders ist. Also, zum Beispiel in der Lucky Legacy Challenge passiert ja jedes Mal was anderes in jedem Part. Und ja, da finde ich es auch okay, wenn man mal eine Szene drin hat, wo die Sims essen oder so. Weil, ja. I don't know. Genau. Und hier seht ihr übrigens, dass ich Fingernägel gegeben habe. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich mit dem neuen Update spiele. Ähm, mit dem Spa Day Refresh finde ich richtig, richtig cool, dass wir jetzt Fingernägel haben. Also, Nagellack halt, generell. Finde ich richtig cool, ne? Also, habe ich auch schon, das war erst nicht das Projekt, die Lucky Legacy Challenge habe ich schon in das Dokument hinzugefügt, dass man halt sich Fingernägel machen lässt. Weil ich finde es einfach so geil. Wirklich, haben sie richtig gut da reingemacht, ne? Also, ich liebe es sehr, dass sie das jetzt, äh, drin haben. Ich hoffe halt, dass halt noch andere Packs auch ein bisschen, ähm, so ein Update dafür kriegen. Ähm, wo ein paar Sachen noch hinzugefügt werden oder nochmal ein bisschen verbessert werden oder so. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil, ja, also, grundsätzlich mag ich eigentlich fast jedes Pack. Ähm, die, die mir nicht gefallen, die habe ich ja auch gar nicht erst gekauft. Bzw. das ist nur, äh, Reise nach Batuu. Das ist halt wirklich das einzige Pack, was mir gar nicht gefällt. Aber trotzdem sieht man ja, dass es, äh, Packs gibt, wo, ähm, vielleicht noch ein bisschen Arbeit helfen würde. Ähm, also nochmal, wenn man nochmal drüber schauen würde und vielleicht nochmal ein bisschen hinzufügt. Zum Beispiel, viele sagen halt Gaumenfreuden. Dafür ist es auf jeden Fall gut, wenn es halt nochmal ein bisschen überarbeitet werden würde. Weil ich meine, das System grundsätzlich, wenn man essen geht und so, das mache ich auch gerne. Das, also meistens funktioniert es auch. Aber manchmal sind halt einfach die Restaurants an sich kaputt. Das ist meistens bei mir das Problem. Ähm, aber viele sagen, dass halt das System einfach bei denen auch nicht funktioniert. Und für die würde ich natürlich mir auch wünschen, dass es halt einfach, äh, dass es bei allen funktionieren würde. Und, ja, dass man halt, dass es vielleicht, äh, lustiger wäre, wenn man dann selber ein Restaurant führt und so. Weil das habe ich noch nie gemacht, weil es mich einfach nicht catcht. Also, und wenn ich es mal irgendwie in einem Let's Play oder so gesehen habe, dann dachte ich mir auch nur so, hm. Also ist jetzt irgendwie nichts Besonderes so, ne. Deswegen habe ich es da halt bisher immer gelassen und vermieden, das dann, ähm, damit dann zu spielen. Aber, ja, also das sollten sie vielleicht zum Beispiel auch noch updaten. Dann, ähm, gibt es für mich zum Beispiel auch keinen Grund nach Granite Falls zu reisen. In, wie heißt das denn? Das erste Pack da. Outdoor Retreat heißt es im Englischen. Aber ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt gerade. Ähm. Ähm, aber ist auch egal. Ne, aber, ähm, ich fände es auf jeden Fall gut, wenn sie halt über ältere Sachen nochmal drüber schauen würden. Vielleicht auch über die großen Erweiterungen. Zum Beispiel halt an die Arbeit. Ähm. Weil die spielbaren, äh, Karrieren könnten auch nochmal ein bisschen erneuert werden. Not gonna lie. Aber, ja, müssen wir halt mal schauen, was die dann so geplant haben. Weil ich denke, wir werden noch eine Weile mit Sims 4 leben müssen, bis Sims 5 irgendwann rauskommt. Und so lange, ja, werden wir dann, ähm, also hoffe ich, dass sie halt das nochmal ein bisschen perfektionieren, ne. Weil ich mag das Spiel auch so, wie es jetzt ist, ähm, gerne. Aber trotzdem, wenn Dinge noch verbessert werden könnten, dann gefällt einem das Spiel ja auch generell nochmal besser. Und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, ähm, was, was ich, was mich freuen würde, wenn sie halt nochmal drüber schauen und nochmal gucken, dass sie Dinge besser machen könnten und so. Und, ähm, ja, genau. Also, ich denke, das stimmen mir auch die allermeisten zu. Äh, das, äh, also manche sind ja auch so und sagen so, ja, aber das muss doch nicht sein und dies und das und dies. Aber, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich, ich liebe dieses Spiel. Aber trotzdem sehe ich auch, dass es ein paar Probleme hat. Und, äh, ja, wenn man die ausbessert, ist es natürlich noch schöner und dann werde ich das Spiel auch noch mehr lieben. Und das ist ja eigentlich der Punkt, den Spielentwickler ja auch eigentlich erreichen wollen, denke ich mal. Also, dass die Leute, die das spielen, dass sie halt auch ernsthaft Interesse daran haben, das Spiel zu spielen. Und, ähm, das Spiel auch mögen und nicht nur kaufen und sich dann so denken, so, eww. Weil, ja, aber jetzt sind wir irgendwie auch ein bisschen abgeschweift vom ganzen Thema. Ähm, meine Zeit ist schon wieder fast abgelaufen, Manometer. Äh, äh, deswegen werde ich jetzt einfach mal sagen, ich werde euch jetzt hier noch ein paar Minuten, also eine kurze Zeit, dann, äh, meinen Soundtrack einblenden, den ihr sonst immer hört. Und dann starten wir direkt ins Gameplay und, ja, wieder zurück zur Vergangenheitsform von mir. Hihi, bis dann! Warum ist Joey hier? Aber nein, geh einfach schlafen. Du bist müde, Girl. Hier stehen noch, hier steht noch ein Kuchen, wild. Aber es musste keiner mehr gealtert werden, oder? Nee, alles gut. Immer diese Kinder, die so heftigen Hunger haben und alles. Manometer. Super effiziente Babypflege. Was kann man denn hier unter Uhu Wellness machen? Adoption? Oh mein Gott! Wild! Diese... Also, das ist einfach viel zu heftig, ne? Diese Mod. Ehrlich, ey. Äh, wieso brennt es? Oh mein Gott! Warum brennt... Warum? Oh mein Gott! Warum? Oh mein Gott, bitte löscht das einfach. Warum brennt es? No! Junge, Level 8! Was ist denn mit Scarlet los, Alter? So, die Kiddos gehen jetzt zur Schule. Und ich hoffe, dass die beiden kleinen vielleicht dann schon gealtert werden könnten. Dann wäre es zwar richtig unnötig gewesen, dass ich die jetzt umgestylt habe, aber YOLO. Also, aber ich würde sie dann, glaube ich, auch nicht in diesem Part umstylen. I mean, wir hatten jetzt genug Umstyling in diesem Part. Das können wir auch noch nächstes Mal dann machen. Dann existieren die halt in dem Part in ugly, in Anführungszeichen. Vielleicht sehen sie ja auch gar nicht so ugly aus. Manchmal ist das Spiel ja auch gar nicht so böse. Also, aber meistens gibt es den Sims einfach nur random viel zu viele Accessoires etc. Und das ist halt immer ein bisschen blödi. Die laufen jetzt halt alle nackt rum, ne? Das ist halt auch irgendwie... Einerseits denke ich mir so... Andererseits denke ich mir so... Es ist auch irgendwie funny. Not gonna lie. LOL! Ich gehe hier hin, auf einmal machen die hier rum. LOL! Mit den beiden hatte ich sogar was. Oh, wisch! Morgen ist Silvester. Dann ist der Schnee endlich weg. Yay! Weil das ist ja immer ein bisschen... Also ich mag an sich halt das mit dem Schnee und so, aber... Ich finde nach zwei Wochen reicht es dann auch wieder ingame mit dem Schnee. I don't know. Uh, Post. Nice. Das heißt Cash Money. Hatten wir mit dem schon was? Mit den Postboten hier? Das ist wichtig. Ja. Hatten wir. Schade. Irgendwie gibt es dann schon echt nicht mehr so viele Männer hier in der City, ne? I don't know. Oh, es ist ja diesmal gar nicht so viel dabei. Hallo? Ist aber langweilig geworden hier. Mit euch. Ich habe die Wünsche aus, aber warum das denn? Hä? Voll komisch. Aber das Spiel ist auch im Vollbildmodus gestartet, obwohl ich das immer im Fenstermodus spiele. Es ist sehr komisch. Irgendwie sind ein paar Einstellungen resettet worden beim Update des Spiels. I don't know. Immer schön die Tellerchen verkaufen, denn das Geld wird noch wichtig, wenn ich das neue Haus baue. Ist ja nicht mehr lange hin. Also, ich meine, im nächsten Part, am Ende des Paars ziehen wir ja zumindest schon mal auf das Grundstück und dann muss ja nur noch gebaut werden. Also, in ein paar Wochen ist es dann schon soweit. Also, ist schon krass. Ging jetzt ja alles schneller als gedacht irgendwie, obwohl es einerseits auch vor lange gedauert hat, aber andererseits war es auch irgendwie verschnell. Und, kennt ihr das, wenn es einfach 50 verschiedene Varianten gibt, wie man das Ganze sieht und wie es sich angefühlt hat? I don't know. Labelt viel Digitarenfähigkeit. Cool. Emilia hat was aus der Schule mitgehen lassen und die beiden sind tatsächlich nicht besser geworden in der Schule. Das finde ich aber schade. Aber dann haben wir wenigstens nicht das Problem mit dem Umstylen. So, die spielen natürlich jetzt ein bisschen Gaming, bla bla. Weil, ja, es ist halt einfach die einfachste Fähigkeit, die man hochmachen kann, zumal man halt dann auch Spaß generiert und man kann es zusammen machen und so. Obwohl er sich jetzt so denkt, nö, fuck it, ich mach da jetzt doch nicht weiter. Er hat jetzt auch als Vorliebe Videospiele und so. Das heißt, er kriegt dann ja noch mehr Spaß dabei. Deswegen ist es eigentlich gar nicht mal so bad, weil, ja, es ist halt einfach sehr einfach. Ich habe halt echt das Gefühl, alle Kerle aus der Umgebung kennen wir schon, ne? Ach, Manno. Hoffentlich wird das nicht besser, wenn wir dann nach Mount Comorabie ziehen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden nicht in den Teil ziehen, wo immer Schnee liegt, weil... Wenn mir der Schnee jetzt schon auf den Keks geht, dann wird der mir da auch auf den Keks gehen. Toll, der Kühlschrank ist ripp. Ach, man liebt's ja. Dann ist die Dusche auch noch schon wieder dreckig, ja. Was ist dieses Leben eigentlich als Muttern? Dieses Leben als Muttern von 74 Kindern. Es ist so krank eigentlich, ne? Warum bist du denn schon wach, meine Liebe? Das solltest du nicht. Es ist 2 Uhr nachts. So, ich weiß. Es ist jetzt nicht mehr so viel passiert und so, letzten Endes. Aber ich habe jetzt ja auch weniger Gameplay in diese Folge an sich genommen, also weniger gespielt generell und so. Aber ja, also der Fokus liegt natürlich jetzt logischerweise auf diesem Umstyling und so. Aber beim nächsten Mal starten wir dann wieder richtig durch und so. Und ja, wie gesagt, das dauert dann nicht mehr lange bis zum neuen Haus, wenn sich dann alles wieder nochmal ein bisschen ändert. Ich bin so krass gespannt, wie das wird. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen, auch wenn er größtenteils ja nur aus dem Umstyling bestand. Und ja, nächstes Mal feiern wir Silvester mit der Family hier. Oh, wie süß. Dann ziehen die ja quasi direkt an Neujahr um. Oh. I love it. Nice. Neues Jahr, neue Familie Mondschein. Am I right, guys? Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.